Jetzt wird's pink. Für die Dress-Burlesque-Party vom Online-Klamottenverleiher DressCoded werfen sich die Münchner Promi-Damen in ihre rosa Dirndl. Mit dabei Karen Webb. Die 43-Jährige wirkt offen, glücklich, verliebt. Lässt tatsächlich ein neuer Mann die TV-Moderatorin so strahlen? Immerhin ist die Trennung von Ex-Freund Christian Mürau schon fast ein Jahr her. Doch dann fällt uns auf, sie trägt die Schleife links. Nach alter Tradition bedeutet das, ich bin ledig. Anbandeln erlaubt oder sogar erwünscht. Steht da etwa ein Wiesn-Flirt bevor? Also ehrlich gesagt, ich überlasse es immer so dem Zufall, nicht mit dem Glück, sondern mit der Schleife. Ich vergesse jedes Jahr wieder, wo man sie binden muss. Ich sollte mich nächstes Mal vielleicht für die Mitte entscheiden. Naja, vielleicht lieber nicht. Die Mitte bedeutet nämlich, ich bin noch Jungfrau. Das ist dann doch ziemlich unwahrscheinlich bei der Zweifach-Mama. Ob nun Zufall oder nicht, wie sieht es denn jetzt aus? Gibt es dieses Oktoberfest vielleicht einen kleinen Wiesn-Flirt? Ich bin eigentlich nicht auf der Suche, aber auch nicht vergeben. Es heißt, vergeben oder nicht vergeben. Weder noch. Ich glaube, ich lasse die Schleife oder die Schürze einfach weg. Ach, das muss dann aber auch nicht sein. Und ob mit oder ohne Mann. Wir sind uns sicher, Karin hat dieses Jahr auf der Wiesn noch eine Fetzen-Gaudi.